Kompressen? Eingesammelt? Check! So... Was gibt's hier denn noch Schönes? Elektro-Bausatz? Ich brauche noch... Ich brauche noch ein Zahnrad, Mensch! Ich habe das Gefühl, der Große war nicht der Endboss. Da komme ich nicht lang. Und da will ich ja nicht lang, aber... Hatte mich gesehen? Ja, wie schnell sind die? Oh, nicht du! 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 Und dann hat Adrian... Das war schon... Das war schon... Jetzt sind aber wenige... Mixumid... So, aber ich denke, jetzt bin ich jetzt... Sehr schnell. Wenn ich jetzt das Zahnrad finden würde, würde ich nicht mehr zurückrennen. Ob sich das lohnt, ist die Frage. Ne, hier ist auch nichts. Nup! Nup! Nup, nup! Oh, warte! Fast, ne? Ist da jemand? Ich habe niemanden gesehen! Ich habe niemanden gesehen! Ich habe niemanden gesehen! Na klar überlebt er das! Aber ist sowas von! Was anderes habe ich auch nicht erwartet! Spucht doch noch einen Stein an, ey! Weiß... Hauptsache Schrot aushalten, wie so ein junger Gott, aber eine Steinsäule anspucken! So schlau ist er! Boah, hast du auf mich geschossen! Da hast du auf mich geschossen! Komm da runter! Runter, komm, habe ich gesagt! Na, lebst du noch? So, ähm... Da kann ich auch nicht drüber... Ja, ist gut! Ist gut! Ein Überlegsführer! Der kommt zwar ein bisschen später, aber... Vielleicht wird das nochmal nützlich werden? Das wäre so krass gewesen, würde da draußen alle stehen, so... Hunderte von den vierern... Die sind mit zweifeln, dass ich... Und dann bitte nicht... Zu viele Geräusche, zu wenig Infos! Kann ich rausgehen? Einig... hatte ich eh nicht vor einfach mal ein bisschen einsammeln hier das macht mir auch ein Glück keine Gedanken ne das ist normal hier so sind immer Krankenhäuser aus komm doch auf das will sogar nicht auch meine Fresse jetzt ich immer freu ich dich nehm nur aufgeplatzt und es ist wirklich glaube ich ich glaube da geht es weiter hier geht es gar nicht weiter und dort schon zu große Fläche zu groß ok ok da geht es auch nicht weiter Ach, wie ehrlich Ach, da geht's sogar noch weiter Hab ich gar nicht mitgerechnet Wurde es auch nicht unbedingt erhofft Ich glaub, da ist es Ich glaub, das ist das Ziel So, kann ich die Tür irgendwie schließen? Okay Den Bausatz hab ich Was ist das denn? Das kann ich mir halt benutzen Munitionspaket hab ich Da müsste ich rein Das ist der Defibrillator, ja Das hol ich aber noch nicht Weil der geht's mir gleich los Bandagen gefallen mir Und wenn ich das habe So Leute, ihr wisst, was das heißt Und er speichert Zentrum der Stadt Das war ein angenehmes Gefühl Als die zwei Riesen da waren Eine mit Tentakel Ich vermiss dich schon Ich vermiss dich So Und Es lebt Äh Ähm Was? 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 Äh Was ist das du nur? Ach, komm, hör auf Muss aber auch nicht sein, ne? Ich war da grad voll cool bei dem Geht, ne? Oh, 30 Schuss noch Ich hab noch eine Rakete, das gefällt mir Und sieben zu Schrot, das gefällt mir eher weniger, aber Erste Pfeile? Oh, ich nehm Schrot Ich dachte, da wäre irgendwas Größeres, Alter Was ist das denn? Das Symbol, das hat so heißen Das steht für Ach, was weiß ich denn? Illuminati Da, da, da Ja, das bin ich Da geht's nicht raus Ich geh jetzt auch nicht raus Äh Was zum Geil ist das? Ey, warte Ne, äh Ich mein, das will ich gar nicht wissen Ich wurde Ach Warte, jetzt find ich Alter, der leck mich am Arsch Jetzt find ich Zahnräder Schau um Z Was ist das denn? Autobausatz Gefällt mir Name? Okay Stofflatten Freiheit 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 Raus Äh Zu früh gefällt Ne, doch Freiheit Freiheit Raus hier Raus Raus hier Raus 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 Oh Gott Oh Gott Oh Gott Oh Ich habe jetzt einen Durchstrukturierten Arbeitsplan Also hier so einen Plan, was ich halt so mache Und Ach komm hör auf Das willst du gar nicht Und ich habe gerade wirklich Eigentlich das, was heute für Aufnehmen eingeplant war Habe ich wirklich nur daran verbracht Was brennt auch schon Ach komm hör auf Ach komm hör auf Tschüss Wo muss ich hin Wo muss ich hin Ja Genau Au Nie Ah ja zu ihm Oh Doktor 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 ich bin da Ich habe alles ich habe alles Ich will hier rein Oh Gott Ich habe es gefunden Nie wieder Du hast noch alle Arme und Beine Nachher Also halt schön Stil damit ich dir das Upgrade jetzt installieren kann Tut das weh? Das wird kaum weh tun Okay Glaube ich zumindest Was? Hm Oh ja Ein bisschen fester könnte ich schon zu packen Oh Oh Okay Das war's Ab sofort regenerierst du doppelt so schnell Und das wirst du auch gebrauchen können Vergiss nie Die Regierung ist krupellos Es ist nur eine Frage der Zeit bis sie dich irgendwann erwischt Meine Zukunft liegt eindeutig beim Widerstand Aber vorher müssen wir noch was anderes erledigen Na was denn? Okay Ich habe deine Feldtriebprobe inzwischen genau analysiert Was die Banditen versuchen Und das offenbar erfolgreich ist Das Feldtrieb als Explosionsbeschleudiger zu verwenden Aber ist das gefährlich wenn sie es in die Hände bekommen Das finde ich ja Bombe Ich wurde zwar neutralisiert aber Bring es trotzdem zu klein Er muss unbedingt erfahren was ich vorhaben Bring es zu ihm Komm mal wieder mein Freund aus der Vergangenheit Zum Schluss ganze Geschichte erzählt und zum Schluss immer Bring es zu ihm Tschüss ich hab Ich 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 bin dir ja wohl sehr wichtig danke Und raus und raus und raus Gordchen Ich will nicht wieder in diese Stadt zurück Wenn du erst kaputt gehst, wirst du verzeih'n Ne 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 Okay Und los geht's Er ist weg hier Das hab ich doch gesehen Der war tot Raus hier Ach das gibt's doch nicht Nein das finde ich langweilig das finde ich tot Wow Garsch Komm her auf jetzt Ja mann Nein mann Ich will welç Ich will hier weg Mein Auto ist gleich fort Das ist nicht nett ist das steuer das war ja wohl einmal so gemacht bitte reparieren reparieren heilig nein komm wird für den abgehört du warst beim alten quasi ja aber der war schlau du hab mich fast in den tod geschickt nur fast ich war nur hier in der totenstadt bürgermeister bürgermeister quasi ist dumm gewesen und immer gemein und er hat mich geärgert und das ist gefährlich sehr interessant und äußerst beunruhigend trotzdem für die hilfe nehmen sie das hier für ihre mühe sich als äußerst fähig und zuverlässig erwiesen und das beste ist sie sind sogar noch am leben ich bin sicher dass sie gebrauchen kann sehen sie sie machen sich langsam einen namen mein freund will ich das denn will ich das denn hallo von denen kriege ich also keine neuen aufgaben oder das heißt ich habe jetzt noch eine aufgabe über die ich auch noch machen formen vom chef vom chef allgemein glaubt mir werde das müsst ihr man ja auch einzig können und zwar auch noch mal da schon cool so ich spiele schon fünf stunden das ist alles vier davon haben müssen es fahren wird der besten zu wachtturm das ist den rest habe ich alles ich muss wieder raus es tut mir leid die straße ruft an mir so jetzt müsste allerdings meine mini map mir auch anzeigen wo ich dahin muss da ich ein ganz kleiner geliefter bin was tut so ich drehe noch mal um und hol mir munition mein gott kann sich aber auch anstrengen so mike bin wir da ich weiß was mich vermisst so er du kannst die abgöse in der fahrzeuge in der garage wechseln jawohl hab ich es nicht kann ich ein nicht q das muss ich gern machen aber darauf habe ich keine lust heute nicht welts bringen einmal raus einmal so und wo ist mir gut her, das ist ja gut her hallo ich hab die besten Autoteile die Ski ich weiß was die müssen Munition ganze Munition einmal so einmal so einmal so und ich hab mein ganzes Geld hier ja, hier was los so lief ey, kann ich da nicht rein jetzt nein ja mh lecker, lecker hier wird's auch lang das weiß ich schon als wäre ich ja aufgewachsen das ist doch wunderbar wunderbar ähm, einmal verlassen nochmal und weiter geht's und weiter geht's man gönnt sich ja sonst nichts im Leben also fahren wir einfach mal dahin wo uns der Wind sich dreht hin und neuer Versuch jetzt hab ich auch noch 40 Raketen währenddessen, das gefällt mir weil ich weiß, dass da gleich jemand kommt tschüss 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 so yeah Oh, kaputt gemacht! Boah, das ist falsch! Ich wollte nicht kicken, ich muss weg. Ansonsten! Ich warte, um sie zu Hause! Hey Was ich letztens nicht auf die D-Kammer Sieht doch aus wie ein Wachtturm, geb ich zu Okay Ernsthaft? Ernsthaft? Boah, komm, bau auf Ich fühl mich mental unterfordert Und zum Sheriff zurückkehren Und weiter geht's Hi, well to Sheriff So Muss ich hier runter, nein, muss ich nicht Einmal geradeaus So mitnehmen So Kommen die jetzt wieder oder sind sie weg? Die sind weg, ein Glück Kann ich mal ein normaler Buff wieder auspacken Schraudeterritorium Kommt schon dieses kleine Viech durch den Dorf im Zimmer Fast abgeschmiert in der Luft So Was ist das denn? Nice, hat geläutet Ähm So Das ist richtig anstrengend Das ist richtig anstrengend Das ist so geil, das ist so geil, das Auto zu lecken Weil einfach das Gefühl ich da ist Ale Kiss Atttal Das ist richtig anstrengend Ichzess